In Star Wars Episode 7 wurden uns viele neue Charaktere vorgestellt. Doch der mysteriöseste Charakter, der vielleicht die meisten Fragen aufwirft war wohl Maskanata. Deshalb dachte ich mir, stelle ich euch heute alles vor, was wir bisher über das Leben von ihr wissen. Dabei auch eine Theorie, wie Maskanata an Lukes Lichtschwert kam und was diese vielleicht sogar mit Anakin Skywalker zu tun hatte. Bleibt dafür bis zum Ende dran. Aber bevor wir damit anfangen, noch eine Sache kurz vorneweg. Ich wurde jetzt schon oft von euch angesprochen, dass ich eure Fragen montags im Community Video nicht beantworten würde. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich nicht jede Frage beantworten kann, da das Video sonst 12 Stunden lang gehen würde. Deshalb meine Frage an euch, was würdet ihr davon halten, wenn ich zusätzlich zum Community Video noch am Ende von jedem anderen Video eine eurer Fragen beantworten würde? Dann würde ich vielleicht ein paar Fragen mehr schaffen. Ich werde das jetzt mal für eine Woche oder 2 ausprobieren und dann entscheiden, ob ich das in Zukunft so weitermachen werde. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wenn ihr mich was fragen wollt, was ich beantworten soll, schreibt einen Kommentar mit dem Hashtag FragSWB in die Kommentare. Aber jetzt erstmal zurück zu Mars. Mars Kanata wurde über 1000 Jahre vor dem Film auf Takodana geboren. Und soweit wir wissen, lebte sie schon von klein auf in dem Schloss, welches ihr auch in Episode 7 gehörte. In den hunderten von Jahren baute sich Kanata eine gewisse Reputation in der Unterwelt der Galaxis auf, wodurch sie bald als die Piratenkönigin bekannt wurde. Sie half jungen Schmugglern auf die Beine und erlaubte vielen Kriminellen für einige Tage in ihrem Schloss eine Zuflucht zu finden. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass dieses Schloss mindestens einmal, wenn nicht öfter der Schauplatz von Schlachten zwischen den Jedi und Sith wurde. Irgendwann zu dieser Zeit entdeckte Kanata auch, dass sie machtsensitiv war. Vielleicht sogar durch diese Jedi, die in ihrem Schloss gekämpft hatten. In dem Jahrtausend bis zu den Filmen verbrachte Kanata viele Jahrhunderte damit in der Galaxis zu reisen, Jobs zu erledigen und die weite Welt zu sehen und zu bestaunen. Auf diesen Reisen sammelte Kanata viele verschiedene Antiquitäten und Artefakte, von denen sie glaubte, dass diese die Zukunft später noch einmal verändern könnten. Die meisten dieser Artefakte kommunizierten mit Kanata durch die Macht, wodurch sie ein besseres Verständnis davon hatte, wofür diese Artefakte früher genutzt wurden und was sie in der Zukunft bewirken könnten. Dank ihrer Machtsensitivität kam sie da auch mehrmals in Kontakt mit Jedi, von denen sie einige Tricks in der Macht lernte und sich mit manchen sogar anfreundete. Diese Freundschaft und ihre Fähigkeiten versteckte sie allerdings, als das Imperium von Palpatine ausgerufen und die Jedi gejagt wurden. Denn Mars hatte natürlich Angst, als machtsensitives Wesen auch auf das Radar des Imperiums zu gelangen. In dieser Zeit des Imperiums lernte Kanata dann auch den Schmuggler Han Solo und dessen Gefährten Chewbacca kennen. Als Han Solo dann von Darth Vader in Karbonit eingefroren und zu Jabba gebracht wurde, traf Kanata sich mit Chewbacca und Leia auf Ort Mantell. Dort konnten sie zusammen den Kopfgeldjäger Bush überwältigen, wodurch Leia dessen Anzug in die Finger bekam. Wenn ihr darüber übrigens mehr erfahren wollt, schaut mal hier in das Video rein. Nach Palpatines Tod begann der Jedi Luke Skywalker eine neue Generation Jedi zu trainieren und Mars musste ihre Fähigkeiten nicht weiter verstecken. Allerdings wissen wir bisher noch nicht, ob sich Luke und Mars irgendwann einmal getroffen haben. Und ca. 30 Jahre später tauchten Han Solo Chewbacca, Finn und Rey bei Mars auf Takodana auf und Rey erhielt von Mars Luke's Lichtschwert. Aber wie genau kam Mars überhaupt an diese alte Waffe? Dafür gibt es leider noch keine vollkommene Antwort, aber durchaus einige Hinweise. Im Roman Nachspiel Ende des Imperiums erfahren wir, dass Lando Calrissian und Lobot die letzten Imperialen von der Wolkenstadt auf Bespin jagten. Landos Ziel war es nach dem Sieg über die Imperialen auf Bespin, die Wolkenstadt komplett neu aufzubauen. Dabei wäre es natürlich sehr wahrscheinlich, dass Lando auch auf Lukes altes Lichtschwert stoßen könnte, da Luke dieses Jahr zusammen mit seiner Hand bei seinem Duell gegen Vader auf der Wolkenstadt verloren hatte. Gleichzeitig wissen wir durch den Lego Short, Hunting for Han, dass Mars und Lando sich kennen. Klar ist das nur eine Lego Geschichte und deshalb können wir uns nicht ganz sicher sein, dass hier absolut kanonische Informationen präsentiert werden. Aber generell sollen diese Lego Geschichten kanonische Storys des Star Wars Universums erzählen, die halt nur für Kinder überspitzt und lustig dargestellt werden. Und das müsste heißen, dass die einzelnen Handlungen dieses Lego Shorts nicht kanonisch sind. Die Tatsache, dass Lando und Mars sich kennen und anscheinend befreundet sind, allerdings schon. Somit wissen wir, dass Lando die Wolkenstadt vermutlich komplett renoviert hat und dabei höchstwahrscheinlich auf das Lichtschwert stoßen musste, falls dieses nicht schon von jemand anderem von dort weggeholt wurde und eben, dass Mars und Lando sich kannten. Das liegt nahe, dass Mars Lukes Lichtschwert von Lando bekam. Warum dann aber Lando das Lichtschwert nicht an Luke, Han oder Ben gab, wissen wir leider nicht. Habt ihr da vielleicht eine Theorie zu? Achja und ich hatte euch noch versprochen über eine Verbindung zwischen Anakin und Mars zu berichten. Die ist zwar sehr klein, aber nichtsdestotrotz da. Denn Anakin besaß eine Statue von Mars in seinem Haus auf Tatooine. Es heißt, dass Anakin diese Statue von einem Händler gekauft und sich dann zu Hause hingestellt hat. Was denkt ihr? Zeigt das einfach nur wie bekannt Kanata zu dieser Zeit im Outer Rim war? Ich meine gerade auf Tatooine trieben sich ja nicht die besten Gestalten rum. Da ist es klar, dass dort eine Piratenkönigin wie Mars mit Statuen verehrt wurde. Oder denkt ihr, dass es darauf hindeutet, dass Mars den jungen Anakin vielleicht sogar kannte? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich mega über ein Like und ein Abo freuen und wenn ihr jetzt auch noch ein paar Theorien darüber hören wollt, wer die Ritter von Ren sind, schaut mal hier in das Video rein. Und falls ihr übrigens Interesse an einem kostenlosen Hörbuch auf Audible seid, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Über den Link dort könnt ihr einen kostenlosen Probemonat bei Audible mit einem kostenlosen Hörbuch eurer Wahl bekommen und mich damit noch mega unterstützen. Den ersten Teil der Nachspieltrilogie gibt es dort übrigens auch auf Englisch als Hörbuch, sowie viele weitere englischsprachige und einige deutsche Star Wars Hörbücher. Wenn euch das interessiert, schaut wie gesagt unten in die Videobeschreibung. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.